Musik Es war Spaß, oder? Jux und Dollerei einfach mal angemeldet. Da waren wir sich online anmelden und dann haben wir gedacht, das machen wir einfach mal mit. Einer sagte, wollen wir ein bisschen Fußball spielen? Ich sage ja, sicher, gib Freibier. Auf der Headbanger-Stage wird man dann gekürt und bekommt den Vokal und so. Der amtierende Meister im Fuckin' Supercup, The Red Devils! Wir haben gewandert! Ich sitze jetzt auf einem Pfahl, ungefähr drei Meter Höhe, und zwar insgesamt sechs Stunden. Alle zwei Stunden habe ich eine Pause, zehn Minuten, kann ich aufs Klo da was essen. Und wenn ich das geschafft habe, dann bekomme ich ein VIP-Bändchen und kann damit in den VIP-Bereich und umsonst duschen. Musik Heute haben wir zum Beispiel noch eine Gitarre, die Epiphone im wachen Open-Air-Design. Und da kann man Lose kaufen, ein Los für 2,50 bis zu 5 Lose für 10 Euro. Und heute Abend um 20.15 Uhr wird das dann hier ausgelost und der Gewinner bekommt dann eine wunderschöne Gitarre. Sehr geil! Ich freue mich unglaublich, dass ich diese Gitarre gewonnen habe und dabei noch was Gutes für die Wacken Foundation tun konnte. Noch niemand hat wirklich diese Energie, die es hier gibt, eingefangen in Fotos, die so richtig porträtmäßig rüberkommen. Und das habe ich dann verwirklicht. Also letzten Endes ist das ja eine sehr gute Sache, diese Foundation. Die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, willst du die Bilder hier ausstellen? Und ich habe gesagt, wow, das wäre natürlich cool, 14 Meter Ausstellungsfläche, groß sind die Motive. Machen wir. Jedes Motiv, was hier vor Ort verkauft wird, davon geht ein beachtlicher Teil auch an die Wacken Foundation. Ja, weil das eine gute Sache ist. Ich gebe der Foundation eins meiner Bilder. Ist auch signiert von mir unten. Der Erlös geht dann halt an die Foundation. Und damit möchte ich mich auch für die Möglichkeit bedanken, hier ausstellen zu dürfen. Und so und so auch, dass wir halt auch Teil von dieser ganzen Wacken-Geschichte, Gravedigger und ich jetzt auch als Künstler, als Maler, Fotograf, ja Teil bin. Und das finde ich halt klasse. Es gab auf der Fullmetal Groups eine Fullmetal Tombola. Wir haben Lose verkauft und zu gewinnen gab es insgesamt um die 70 wirklich hochwertige, tolle Gewinne. Wir können hier 10.000 Euro, das ist eine große, sehr schöne Summe, überreichen an Kinderleben e.V. Damit wird sehr viel Gutes getan. Also, wir können nur von ganzem Herzen vielen, vielen Dank sagen. Mit der Summe haben wir in keinster Weise gerechnet. Das haben wir auch im Vorfeld nicht erfahren. Deswegen hat es mir eben ein bisschen die Schlage-Sprache verschlagen. Wir sind Deutschlands erstes Tageskinderhausbeats. Wir haben schwere Zeiten hinter uns. Also ich wirklich danke und jetzt kann ich leider nicht mehr. Willkommen zur Wacken Metal Battle 2014 Pressekonferenz. Ja! Und in due course we shall announce the winner and the winner is... It's from Canada! Crimson Shadows, from Canada! Hi, we're Crimson Shadows and we're really excited to have won the Metal Battle this year. It's fucking amazing! They're all winners. Everyone that's here is a winner. We can't believe it. We won the whole thing. We support you on that round. Thank you. There's no way to stop and compete! There's no way to stop and compete! Bye! Bye! long Vielen Dank.